Ja, ich habe es tatsächlich getan. Ich habe diesen Mini-Wohnwagen gekauft. Jo Leute, was geht? Ich bin ja ein ziemlich spontaner Mensch und wenn ich mir irgendwie eine Idee in den Kopf gesetzt habe und davon überzeugt bin, mache ich das immer einfach, ohne lange nachzudenken und erfahrungsgemäß waren das immer die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Auf jeden Fall, heute habe ich mich selber selbst ein bisschen überrascht. Und zwar haben wir heute Feiertag, heute ist Donnerstag und wir haben gerade alle Hände voll zu tun wegen Heftabgabe für die kommende Gravity-Ausgabe. Ich habe heute so die größten Batzen an Storys fertigbekommen und habe jetzt nur noch so ein bisschen kleinen Mist, sage ich mal, den ich noch fertigbekommen muss. Und ab morgen bin ich aber wieder in Österreich beim Franz und habe so kurzfristig kein Hotel gefunden, was von der Lage her passt, was vom Internet, von der Internetverbindung, keine Ahnung. Irgendwie habe ich nichts Passendes gefunden. Und dann dachte ich mir, ja, es schippt, okay, dann wie sieht es denn aus, wenigstens für eine Nacht auf dem Campingplatz. Irgendwie im Autopennen, es geht schon auf dem Campingplatz, den ich dann gefunden habe, WLAN, also kann ich weiter fürs Magazin mein Zeug fertig machen und durchschicken. Und dann war es eben so, als ich vorm Rechner gesessen habe, dachte ich mir dann so, ja, wie wäre es eigentlich, wenn du dir so einen kleinen Wohnwagen kaufst? Damit kannst du Biketrips machen, den kannst du jetzt in Österreich verwenden und, ja, da habe ich bei E-Mail keine Anzeigen geguckt und jetzt, wie ich finde, so laut den Bildern und so weiter, ganz gutes Modell gefunden. Sehr klein, aber, ja, ist ein Bett drin, Tisch und, ja, Platz für ein Bike. Ja, und jetzt bin ich gerade, ich habe jetzt eben da angerufen um 14 Uhr und sitze jetzt um halb drei im Auto Richtung Ostdeutschland, Ecke Leipzig und, ja, das sind so 500 Kilometer für mich, aber ich bin gerade total euphorisch und freue mich auf diesen kleinen Wohnwagen, der bald mein sein wird und den werde ich schön ausbauen, pimpen und dann für Biketrips ready machen und daraus kam mir dann die Idee, ey, cool, da kannst du mal irgendwelche Biketrips machen für YouTube und euch dann mitnehmen. Ja, und deshalb werde ich euch jetzt quasi an diesem, an meiner neuen Herupenschaft teilhaben und euch nachher den Wohnwagen zeigen, wenn ich da ankomme und dann in den nächsten Wochen zeigen, wie ich den umbaue und pimpe. Und, ja, schreibt mal in die Kommentare, wann so eure letzte Spontanaktion war und was ihr da gemacht habt und ob ihr auch so, ja, findet, dass solche Spontanideen, solche Schnapsideen die besten Ideen sind. Auf jeden Fall, ich fahre jetzt mal ein bisschen und komme, so, ja, laut Navi 19 Uhr an, aber ich schätze mal mit Tanken und so, wird das noch 20 Uhr, dann das Ding aufladen, dann komme ich mitten in der Nacht zurück, dann muss ich morgen noch zur Anmeldung, morgen früh, ähm, also zur Zulassungsstelle und dann geht's Richtung Österreich, hole ich das Bike mit und dann ist das quasi die Feuertaufe für, äh, den kleinen Wohnwagen. Ja, ich freu mich grad. Also ich hab noch nie im Wohnwagen, außer doch USA 2015, da haben wir so einen 3-Wochen-Trip durch Utah gemacht, ähm, und ansonsten hab ich aber keinerlei Wohnwagen-Erfahrung und, ja, bin jetzt auch nicht so derjenige, der oft auf dem Campingplatz war, aber ich freu mich da unheimlich drauf und, äh, ja, stell mir das cool vor, wenn man irgendwo Biken war und dann kann man sich am Abend mit dem Laptop an diesen kleinen Tisch setzen und die Videos schneiden. Ja, ihr merkt, ich freu mich, ja, in 4-5 Stunden beim Wohnwagen bin, dann zeig ich den euch und dann trete ich die lange Rückreise an. Ich hab eben schon erfahren, ähm, 80 kmh kann man mit dem fahren, also werde ich zurück ein bisschen brauchen. Aber macht ja nix und schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr einen Wohnwagen habt oder ihr das von euren Eltern kennt, wie auch immer. Und falls ihr irgendwelche Camping-Tipps für mich habt, was ich unbedingt brauche für diesen Wohnwagen, dann schreibt das in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin ein totaler Camping-Nuke, aber, äh, bin da offen für eure Vorschläge. Also, schreibt es einfach unten rein, bis später. Ja, ich hab's tatsächlich getan. Ich hab diesen, diesen Mini-Wohnwagen gekauft. Äh, wie gesagt, äh, das hat alles heute Mittag ergeben. Ich bin jetzt irgendwo hier in Ostdeutschland, 5 Stunden von zu Hause weg. Und so sieht das gute Teil aus von innen. Hier ist so ein kleiner Tisch und hier kann man so ein, so ein Schlafding, äh, so ein kleines Bett draus machen, so ein Notfallbett. Ähm, hier ist ein Spüle. Hier muss, kann man irgendwie so ein Gasherd anschließen. Hier ist nur ein Kühlschrank drin. Ähm, dann hier oben sämtliche Schränke. Und hier so ein, so ein Sonnenschutz. Und ein Kleiderschrank, da kann man die stinkigen Bikeschoner dann reinwerfen. Und, ja, hier kann ich dann YouTube-Videos schneiden. Ja, und hier das, den, den Tisch kann man umklappen. Da kann man dann, ähm, ein Bett draus machen und übernachten. Hier schöne Gardinen hab ich. Vorne ist auch irgendwie so eine schöne, kleine, künstliche Blume. Wo hab ich sie denn? Ah, ne, die war hier vorne. Die seh ich da unten im Rückspiegel. Ja, und hier das, den, den Tisch kann man umklappen. Da kann man dann, ähm, ein Bett draus machen und übernachten. Hier schöne Gardinen hab ich. Vorne ist auch irgendwie so eine schöne, kleine, künstliche Blume. Wo hab ich sie denn? Ah, ne, die war hier vorne. Die seh ich da unten im Rückspiegel. Ja, hier ist die Blume. Die seh ich da unten im Rückspiegel. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier getan habe. Aber ich freu mich. Äh, es wird richtig cool. Ich baue das alles noch schön aus. Mach noch anderen Boden rein und so. Und, ähm, kann nur cool werden. Ich freu mich auf jeden Fall auf die Trips, die ich damit machen werde. Und halt euch auf dem Laufenden, wie ihr, ähm, wie sich das Ganze hier verändert. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Ideen habt, was ich hier drin machen kann. Wenn ihr irgendwelche Camper-Profis seid. Und, ja, ich fahr jetzt mal weiter. Ich hab ja jetzt noch über 500 Kilometer vor mir. Und sieht schon richtig romantisch hier aus, ne? Und das Schöne ist, wenn ich heute nicht mehr kann, weil ich nur so langsam fahren kann und es schon ganz, ganz spät ist, lege ich mich da hinten einfach rein und penne. Ich hab grad ein bisschen Panik, dass ich, ähm, ich hab grad ein bisschen Panik, dass ich keine Tankstelle mehr finde. Ich bin nämlich schon, bevor ich bei dem Herrn, bei dem ich den Wohnwagen gekauft habe, auf Bewerbe gefahren. Und, ähm, ja, jetzt bin ich schon weitere 30 Kilometer gefahren. Und hier das Ding ist ja schon ein bisschen mehr Gewicht und, äh, das heißt höherer Spritverbrauch. Drückt mir mal die Daumen, dass ich hier gleich nicht liegen bleibe. Ich mein, ist ja nicht so, als ob ich dann kein Dach über dem Kopf hätte, aber wer glaub ich hier, äh, hier ist irgendwie nix. Ich bin hier grad in Ostdeutschland und, ähm, ja, ich brauch ne Tankstelle. Hilfe. Das ist ein bisschen beunruhigend, oder? Das sagt, dass ich null Kilometer mehr schaffe mit dem Tank. Und das ist jetzt seit 10, 10 Kilometern schon so. Und, nee, seit 20. Scheiße. Und hier kommt einfach nix. Ich fahr Landstraße, es kommt kein, keine Autobahn. Ja. Hm. Ja, so sieht's aus, wenn man ein richtig dickes Problem hat. Ich hab grad eine Tankstelle gefunden, aber wegen Feiertag, die hat zu. Alter. Langsam gerate ich etwas, etwas in Panik. Scheiße. Das Problem ist, dass ich für diese Tankstelle gerade, die auch überall ausgeschildert war und in meinem Navi angezeigt wurde, grad, äh, einen Umweg gefahren bin, weil ich dachte, okay, Tankstelle, wenn da schon einer ausgeschildert ist und angezeigt ist, wird. Joa. Ähm. Nicht so gut. Und ich bin schon mal mit dem Auto liegen geblieben, weil ich den Tank leer gefahren habe. Mitten in der Nacht und das irgendwie nicht gecheckt habe. Da musste ich an den ADAC rufen und das volle Programm. Richtig nervig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal mit dem leeren Tank liegen geblieben seid. Ja, ich weiß, ihr habt alle immer Ersatzkanister dabei. Ich weiß. Und ihr tankt alle rechtzeitig. Ja, ich weiß. Fuck. Ich weiß nicht, wann ich mich jemals so über eine Tankstelle gefreut habe. Das Prachtstück. Ja, ich fahre jetzt hier über 500 Kilometer mit 80. Oh, Telefonanruf. Ähm, ein Moment. Wir wurden gestern durch das Telefonat unterbrochen. Und dann habe ich vergessen, euch nochmal den Status mitzuteilen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt nächsten Tag. Ich war um 2 Uhr morgens zu Hause. Bin jetzt seit halb 8 wieder auf, weil wegen Versicherung und wegen Ummelden habe ich jetzt alles endlich getan. Ist aber mittlerweile halb 11. Und außerdem habe ich hier mal ordentlich gelüftet und mit hier so Duftzeug eingesprüht, weil ich jetzt direkt weiter nach Österreich fahre und jetzt hier keine Zeit habe, irgendwie neue Bezüge oder irgendwas drauf zu ziehen. Und das kommt alles noch, wenn ich wieder da bin. Wie gesagt, das hier ist jetzt im Prinzip einfach nur ein Preview, was euch erwartet. Und ich kann es nicht abwarten, hier das Ding zu renovieren, umzubauen. Und freue mich da auf die Trips mit dem Bike, was ich natürlich dann alles in Vlogs verpacken werde für euch. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch jetzt hier in Österreich ein bisschen filmen. Und schauen wir mal, ob ich jetzt ankomme. Es sind jetzt irgendwie, normalerweise, wenn man normal schnell fährt, wären es jetzt so für mich 6 Stunden oder 5, zwischen 5 und 6 Stunden. Und jetzt mit 80 kmh, ja, da dauert das Ganze ein bisschen länger. Aber egal, ich habe hier das Ding jetzt, Bett dabei. Ich packe jetzt und dann geht's los. Hier seht ihr auch mal das komplette Teil, durchs Fenster gefilmt. Raumwunder. So Leute, ich habe jetzt hier gepackt. Da ist so ganz viel Staufläche überall. Das zeige ich euch aber alles demnächst. Und da ist die Lissi. Also, das war die Vorstellung von meinem Spontankauf. Alles weitere, wie pünken und die ersten Trips damit folgen. Und Lissi, freust du dich da drauf? Ja, der braucht noch einen Namen. Genau, wie sollen wir das Ding hier nennen? Harry, Hermann. Manfred. Ich finde, das ist ein Manfred. Ein Manfred. Ja, schreib mal in die Kommentare, wie hier der Wohnwagen heißen soll. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich, was wir für Abenteuer hier mit diesem Ding erleben. Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.